Spannend geht es in dieser Woche weiter im seriösen Wetterbereich. Wir erwarten vor allen Dingen in der Nacht zum Freitag schweren Sturm in Süddeutschland. Da zieht es ja wahrscheinlich ein kleines, aber feines Sturmtief einmal über die Landesmitte hinweg. Und das hat es in sich. Dort sind zum Teil schwere Sturmböen bis in Tiefe, lagen möglich um 90 bis 100 Kilometer pro Stunde. Und jede Menge Regen ist da mit dabei. Das ist die frische Prognose von heute Morgen vom amerikanischen Wettermodell. Die Regen summen bis zum 1. Dezember bereits. Und wir sehen hier Richtung Ostseeküste, Richtung Nordseeküste 80 bis 110 Liter Regen pro Quadratmeter. Und hier einmal quer über die Landesmitte hinweg ebenfalls 90 bis 110 Liter Regen pro Quadratmeter. Und Richtung Südwesten im Schwarzwald bis zu 140 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Ebenfalls Richtung Alpenrand 90 bis 120 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Teilweise fällt das auch mal etwas als Schnee, aber meist kommt das Ganze als Regen runter. Das heißt, die Hochwassergefahr, die bleibt besonders hier im Südwesten sehr, sehr hoch. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Die Kälte wiederum, die wird langsam immer wieder nach hinten weggeschoben. Wir hatten es ja schon angedeutet, die berühmte Verschieberitis hat in Sachen Kälte in den Wettermodellen schon wieder angefangen. Doch zunächst mal der Blick auf die Regensummen seit gestern Morgen 8 Uhr bis heute Morgen. Ja, und wir sehen hier in Oberstdorf fast 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Balderschwang 48,9 Liter Regen pro Quadratmeter. In Niedersachsen-Braunlage knapp 32 Liter Regen pro Quadratmeter. Und auch in Düsseldorf ist es sehr nass gewesen. In den vergangenen 24 Stunden über 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Und es war auch sehr mild. Zum Teil die Höchsttemperatur gestern in den frühen Morgenstunden gemessen in Rheinfelden 18,0 Grad. Bad Kohlgrub in Bayern 15,3 Grad. Mühldorf 15,0 Grad ebenfalls in Bayern. Friedrichshafen, Baden-Württemberg 14,6 Grad. Das war also gestern wieder ein recht warmer Tag gewesen. Und das mitten im November. Ja, und die Flusspegel, die steigen merklich an im Südwesten. Hier nochmal der Rheinpegel bei Maxau. Wir sehen, mittlerweile ist der Pegel bei der 7-Meter-Marke angekommen. Los ging es bei knapp über 5 Meter. Nun 2 Meter nach oben. Und es soll noch einen weiteren Meter nach oben gehen auf 8 Meter. Und damit würde die Schifffahrt auf dem Oberrhein eingestellt werden. Denn die schiffbare Wassermarke ist so 7,80 Meter. Und da wäre man leicht darüber. Also immerhin ein sehr drastischer Anstieg, der dann noch ansteht um einen weiteren Meter. Dann sollte es aber etwas nach unten gehen. Ja, und der Herbst, wo befindet der sich immer noch sehr weit oben, über 13,0 Grad. Bei 13,3 Grad liegen wir aktuell in diesem Jahr bei der mittleren Temperatur. Und damit deutlich noch über dem Rekordherbst mit 12,1 Grad aus dem Jahr 2006. Und die nächsten Tage, die bleiben immer noch relativ warm. Deswegen ist es sehr fraglich, ob wir hier noch deutlich nach unten gehen mit dem Temperaturmittel für dieses Jahr im Herbst. Da ist noch ein großes Fragezeichen dahinter. Auf jeden Fall wird dieser Herbst im Bereich der drei wärmsten Herbster enden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Ja, und die Regensummen bis Montagmorgen nach dem deutschen Wettermodell, die zeigen uns auch. Es bleibt nass hier, wie gesagt, in der Landesmitte noch mal nur bis Montagmorgen gerechnet. 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch im Südwesten um die 80 bis 90. Am Alpenrand 80 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Es geht also sehr nass weiter. Und besonders spannend ist die Wetterlage von Donnerstag auf Freitag. Also von morgen auf übermorgen. Da zieht in der Nacht ein kleines Sturmtief einmal hier über die Landesmitte hinweg. Und das bringt zum Teil Richtung Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Aber auch in Bayern stellenweise noch in Hessen schweren Sturm. Selbst in tiefen Lagen, Böen um 80 bis 90 stellenweise bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Und auf den Gipfellagen vom Schwarzwald beispielsweise bis zu 130, 140 Kilometer pro Stunde. Ganz oben vielleicht sogar Orkanböen um die 150 Kilometer pro Stunde. Das wird also sehr ruppig werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Im gesamten süddeutschen Raum, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Hier schon mal die Sturmwarnung für diese Nacht. Und das wird auch hier dargestellt vom europäischen Wettermodell ebenfalls die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Schwerer Sturm vom Saarland Rheinland-Pfalz ausgehend über Baden-Württemberg später bis nach Bayern rüber. Teilweise auch in Hessen und im südlichen Teil von Nordrhein-Westfalen. Die ganz exakte Zugbahn ist noch nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall in diesem Bereich hier wird es ziemlich ruppig werden in der Nacht auf Freitag nach allen Wettermodellen. Ja, wir schauen auf die Ensemble-Prognose und zwar für Offenbach und stellen hier erstmal fest, es wird vorübergehend ein klein wenig kühler, aber dann schon wieder nächste Woche milder. 10, 11, 12 Grad sind im Mittel dann schon wieder drin und danach eine leichte Abkühlungstendenz. Aber wir sehen, der große Temperatursturz ist bis Monatsende nicht zu erwarten und dazu immer wieder Regensignale. Ein Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Mittwoch. Ein Tief kommt nach dem anderen an uns vorbeigezogen. Die Tiefdruckautobahn, sie steht weiterhin fest. Der Jetstream, das Starkwindband liegt genau hier Mitteleuropa und deswegen kommen die Tiefs immer wieder an uns vorübergezogen, bringen viel Wind und auch jede Menge Regen mit. Das sehen wir auf der Wetterkarte von heute. Sehr wechselhaft windig, immer wieder Regenschauer. Die Temperaturen relativ weit oben, 9 bis 12 Grad werden auch heute wieder gemessen. Ja, und dann die kommende Nacht, die bringt eine leichte Abkühlung. Temperaturen so um die 6 bis 3 Grad, vor allem nach Osten und nach Norden zeitweise noch Regenschauer. Im Westen vorübergehend auch mal etwas trockener. Morgen am Donnerstag quasi die Ruhe vor dem Sturm. Zum Abend geht es aber wieder los mit kräftigem Dauerregen hier aus Westen, aus Südwesten. Dann frischt der Wind deutlich auf und dann steigen die Werte zum Nachmittag deutlich an. Auf 14, vielleicht auch 15 Grad zum Donnerstagnachmittag. Wenn dann langsam das Sturmfeld Richtung Deutschland zieht, schiebt es die warmen Luftmassen zu uns nach Deutschland rein. Und wir sehen im Norden dagegen deutlich kühler. Temperaturen hier so 7 bis 8 Grad die Nacht zum Freitag, dann sehr windig, sehr stürmig hier im süddeutschen Raum. Sturmgefahr bis in die Niederungen, dazu kräftiger Regen. Und die Schneefallgrenze, die sinkt mal kurzzeitig so auf 500, 600 Meter ab. Da kann es also stellenweise Schneeflocken geben in den höheren Lagen der westdeutschen Mittelgebirge. Also eine sehr, sehr spannende Wetterlage. Das sehen wir auch hier am Freitag, die Höchsttemperaturen plötzlich deutlich tiefer wieder. Nach Durchzug des Sturmtiefs nur noch Temperaturen um die plus 5 bis plus 8 Grad. Mehr ist da nicht mehr drin. Oberhalb 400, 500 Metern kann es Schneeregen und Schnee geben. Am Freitag besonders noch hier im Osten und im Südosten in den höheren Lagen. Aber schon zum Samstag wird es langsam etwas milder, bis zu 9 Grad am Oberrhein. Ansonsten 6 bis 8 Grad in Hochlangen vom Erzgebirge noch ein bisschen Schneeregen oder Schnee. Und dann nochmal eine Milzunge zum Sonntag. Schon wieder Temperaturen um die 11 bis 15 Grad am Oberrhein. Etwas frischer hier im Nordosten um 9 bis 10 Grad. Überall viele Wolken und zeitweise fällt Regen. Der Blick auf den Montag, der bringt nur leichte Abkühlung auf 8 bis 11 Grad. Weiterhin neuer Regen, immer wieder sehr nass, sehr windig. In den Hochlagen zum Teil auch stürmisch. Und der weitere Wettertrend, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Naja, allzu viel passiert da nicht wirklich. Viele Wolken, immer wieder Regen, manchmal auch Graupelschauer, kurze Graupelgewitter. Temperaturen am Dienstag kühler, 4 bis 10 Grad. Am Mittwoch 5 bis 10 Grad. Und Donnerstag in einer Woche kräftiger Dauerregen. Das Ganze bei Temperaturen von 6 bis 12 Grad. Die steigen dann also wieder ein klein wenig in die Höhe. Ja, die Wetterlage nächsten Mittwoch. Hier mal nach dem europäischen Wettermodell. Gestern waren zum Teil ja bis zu minus 9, minus 10 Grad zu sehen in 1500 Metern Höhe. Mittlerweile doch ganz schön geschröpft worden. Die kalten Höhenluftmassen plus 1 bis plus 3, plus 4, plus 5 Grad. Minus 4, minus 5 Grad maximal noch. Also schon wieder deutlich milder in der Höhe, als noch vor ein paar Stunden berechnet worden ist. Dazu auch mal der Blick auf das amerikanische Wettermodell. Ebenfalls nächste Woche Mittwoch. Da sehen wir maximal noch so um die 0 bis minus 3 Grad in 1500 Metern Höhe. Das reicht nicht aus für Schneefälle bis in tiefe Lagen. Aber wir sehen auch wieder, die Verschieberitis hat eingesetzt. Nächste Woche Freitag. Da hätte es auch laut dem GFS-Modell kühl werden sollen. In großer Höhe auch hier bis zu minus 10 Grad. Mittlerweile sind die minus 10 Grad am nächsten Freitag, am 24. November komplett verschwunden. Plus 6, plus 5 Grad werden hier teilweise gemessen. Die Kälte ist nicht weg. Sie ist nur woanders. Sie ist nach hinten weggeschoben worden. Jetzt auf Sonntag, den 26. November. Also da ist noch ein ganzes Stück hin. Das ist wirklich reine Spekulation. Da könnte es dann kühler werden bis zu minus 6, minus 7 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das würde ausreichen für Schneeflocken, für nasse Schneeflocken, so auf 200, 300 Metern. Aber es ist alles momentan nur Zukunftsmusik. Ein Blick auf die Ensemble-Vorsage für Norddeutschland bis zum 30. November. Es bleibt im Grunde alles wie gehabt. Ein neuer Wärmerberg deutet sich an. Temperaturen um die 10 Grad nächste Woche. Dann ein klein wenig kühler. Meist um die 5 bis 10 Grad. Später um die 5 bis 7 Grad. Bis zum 30. November ab und zu Regensignale. Das gleiche auch in Westdeutschland. Immer wieder wechselhaft. Viel Regen, sehr durchwachsen. Temperaturanstieg nächste Woche nochmal Richtung 12, 13, 14 Grad. Dann meist um 10 Grad. Später um die 7 bis 8 Grad. Nach hinten raus ein bisschen kühler um die 5 Grad. Und immer wieder fällt auch mal zeitweise etwas Regen. Ja, und auch im Osten des Landes. Auch da gibt es nicht viel Neues zu berichten. Nach der leichten Abkühlung zum Wochenende. Ein neuer Temperaturanstieg auf Werte um die 10 Grad. Da bleiben wir dann so bei 7, 8 Grad bis zum 30. November. Immer wieder einzelne Regensignale. Das gleiche Spiel im Süden des Landes. Nach hinten raus aber doch schon etwas kühler als in anderen Regionen. So 3, 4, 5 Grad sind da möglich. Der Hauptlauf wieder ganz unten mit dabei. Wie so oft in den vergangenen Tagen. Das Mittel aber doch ein ganzes Stück weiter oben. Und dazu auch immer wieder hier einzelne Regensignale. Aber wir müssen bedenken, hier haben wir eine Höhenlage von 500 Metern. Also da sind die 3, 4 Grad dann schon wieder so ein bisschen relativiert worden. Und wir schauen auf die Landesmitte. Auch hier nächste Woche nochmal deutlich wärmer Temperaturen. Um die 10, 11, 12 Grad. Danach nur langsam etwas kühler. Und mittendrin immer wieder Regensignale. Und für alle Winterfreunde unter uns, zu den 10 mich auch, habe ich mal eine kleine Schneekarte rausgekramt. Ich habe da mal was vorbereitet. Sehr seriös, fast wie Raten. In 13 Tagen haben wir jetzt den Schnee drin. Und zwar eine Schneehöhe hier einmal quer über Deutschland. Ein paar Zentimeter. Selbst in tiefen Lagen wäre da möglich. Aber mittlerweile ist das Ganze bis zum 28. November nach hinten weggeschoben worden. Also in 13 Tagen, wie gesagt, da kann man fast auch schon das Wetter raten. Beim Winter hat sich nicht viel getan. Es bleibt dabei, der Winter könnte in den meisten Landesteilen in Deutschland, aber auch in Europa zu warm ausfallen. Ein bis zwei Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Das war es vom Wetter. Einen schönen Mittwoch. Später übernimmt Herr Kati. Tschüss, bis bald.